Das Parco Hotel Therme Via Teresa liegt in Furio Ischier in Capri Ischier. Das Parco Hotel Therme Via Teresa ist beliebt unter den Gästen. 90% empfehlen das Hotel weiter. 66 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5,2 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,1 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,8 Sonnen bewertet. Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,5 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Ein gutes Sport und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,5 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.